Schönen guten Abend. Das ist die Bedienungsanleitung zu dem Aldi Helikopter. Zunächst einmal aufladen. Wenn der Helikopter aufgeladen ist, geht die Lampe wieder an. Wir denken uns jetzt mal, sie sei angegangen. Dauert, wenn er komplett entladen ist, 20 Minuten. So, ist so gut. Gut, dann machen wir den Helikopter an. Dann die Fernbedienung auf und wichtig ist, das Gaspedal hier zurückziehen. Blinkt da. Nach vorne. Dauer blinken. Zurück. Nach vorne. Zurück. Starten. Wenn das nicht funktioniert, ausmachen, ausmachen, anmachen, anmachen, blinken. Ich weiß nicht wie lange. Zurückziehen. Einmal nach vorne. Einmal zurück. Geht. Okay. So sollte es funktionieren. Viele Grüße, bis dann, euer Fuchsimux. Na das nicht, du. Es ist nicht define. Es ist so. Ich sehe. Ich sehe mich.